Wir schaffen es nur gemeinsam. Die Streifenpolizisten, jeder einzelne von uns. Unser Zusammenhalt ist jetzt enorm wichtig. Haltet die Augen offen. So wie ich. Wir müssten jede Spur verfolgen. Ich brauche euch. Ich stehe voll hinter euch. Viel Erfolg. Wie viele sind es bis jetzt? Fünf. Ähnlichkeiten zum letzten Fall. Ihr glaubt, das war derselbe? Ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Wie soll ich mich da an den Bericht erinnern? Du bist ein erfahrener Kopf, verdammt nochmal. Padre Macchi, dies ist Inspector Velarde. Der Papst ist in der Stadt. Wir können jetzt keine Mordserie gebrauchen. absolute Diskretion. Polizei, verlassen Sie die U-Bahn! Angenommen, er steht genau vor dir. Was würdest du tun? Du weißt genau, was ich tun würde. Javi, bitte bleib ruhig. Er wird bald wieder zuschlagen. Und Sie wollen nur Ihren Arsch retten. Ihr könnt die Leiche nicht einfach wegbringen. Was soll das? Stopp! Es muss doch noch Unterlagen geben. Bist du okay? Ich liebe dich. Ich kann ihn sehen. Brauche Unterstützung. Schnell! 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 Untertitelung des ZDF, 2020